Beim Strukturwandel vertraut die Belegschaft auf die NRW-Landesregierung. Die plant in der Region einen so wörtlich innovativen Technologiestandort. Wir wollen Kraftwerke umbauen, auch hin zu Gaskraftwerken. Gaskraftwerke, die in Zukunft mit grünem Gas gespeist werden können. Das sind alles Zukunftsinvestitionen, die wir in der Region treffen wollen. Das hilft der Energieversorgung, schafft aber auch neue Arbeitsplätze.